Salmonellen sind Bakterien, die sich im Magen-Darm-Trakt von Mensch und Tier vermehren und Durchfall verursachen. Doch wie kann ich Salmonellen überhaupt bekommen und was muss ich dann beachten? Salmonellen gelangen am häufigsten über Lebensmittel in den Verdauungstrakt. Es gibt Lebensmittel, die häufiger mit Salmonellen belastet sind. Dazu gehören Eiprodukte, Speiseeis, rohes Fleisch, aber auch pflanzliche Lebensmittel können mit Salmonellen besiedelt sein. Ein weiterer Übertragungsweg ist die sogenannte Schmierinfektion. Das heißt, mit den kleinsten Spuren von Stuhlresten auf deinen Händen kannst du die Erreger weiter tragen. Wenn du jemanden in die Hand gibst, dann über die Hand und ansonsten über deine eigene Hand in den Mund. Du kannst dich aber auch durch direkten Tierkontakt mit Salmonellen anstecken. Heimische Tiere scheiden seltener Salmonellen aus. Schlangen hingegen zum Beispiel scheiden öfter Salmonellen aus. Tierbesitzer stecken sich am meisten bei den Haustieren über deren Kot an. Auch mit Kot verschmutzte Flächen stellen eine Ansteckungsquelle dar. Plötzlicher Durchfall, Kopf- und Bauchschmerzen, allgemeines Unwohlsein, gelegentlich Erbrechen und Fieber sind typische Beschwerden von Salmonellen-Erkrankten. Die Beschwerden können auch über mehrere Tage andauern. Bei Verdacht auf Salmonellen solltest du auf jeden Fall einen Arzt konsultieren. In der Regel bricht nach 6 bis 72 Stunden nach der Ansteckung die Erkrankung aus. Besonders gefährdet sind Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Was muss ich aus hygienischer Sicht bei einer Erkrankung beachten? Ich darf auf jeden Fall keine Mahlzeiten für andere zubereiten, wenn ich selbst krank bin. Geht mein Kind in die Kita oder in die Schule, also eine Gemeinschaftseinrichtung, darf mein Kind diese nicht besuchen. Als Elternteil muss ich auch dafür Sorge tragen, dass die Gemeinschaftseinrichtung darüber informiert wird. In der Regel kann die Einrichtung erst zwei Tage nach Abklingen der Beschwerden wieder besucht werden, aber der Zeitpunkt bestimmt das zuständige Gesundheitsamt. Hast du beruflich mit Lebensmitteln zu tun und leidest an Erbrechen und oder Durchfall, darfst du ebenfalls vorübergehend nicht arbeiten. Hat dir das Video gefallen, freue ich mich über ein Abo oder ein Like.